Wenn mir zutiefst aus dem Inneren der Satz entsteht, dass der Künstler in das Mysterium des Lebens taucht, um daraus mit seiner eigenen Handschrift zu berichten, dann hat es auf der einen Seite sicherlich ganz viel mit Handwerk zu tun, das werde ich, solange Sie Vorträge halten, da hinten machen, mein Handwerk. Das hat aber auch eine Komponente noch zusätzlich, die da heißt, dass ich mich und dass der Künstler sich mit dem Unaussprechlichen zu beschäftigen hat, weil sonst bleibt es Handwerk. Und das ist bei uns im Kunstbereich, wenn man durch Messehallen und so geht, ganz häufig so, dass man sagt, gutes Handwerk. Das ist aber bei uns nicht immer das große Lob, weil wenn man vor einer künstlerischen Arbeit steht und ergriffen ist, dann ist das dieser Teil, der nicht mit Handwerk zu beschreiben ist. Und deshalb kommt also in unserem Fall zu diesem Handwerk auch noch mal was dazu, dass man gar nicht so richtig beschreiben kann. Ich freue mich auf jeden Fall. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018